ARD Text im Auftrag von Funk Warte, komm, Tank! Warte, Panzer! Oh! Mit Schützen hab ich! Das ist gut! Können wir den Panzer irgendwie einsmoken oder so? Naja, warte! Kommt doch noch was! Das ist geil! Sehr gut! Tactics! Unser Tanky Hinten links, reingelaufen Kriegt Kobe ab Oh! Ja, eben in Hausrunde Ich krieg grad Schaden von meiner Brennplanade Jo, hingerichtet Weiter, wer macht hier Druck? Hör auf damit! Du ist ja noch ein Zweiter! Was stimmt mit euch nicht? Oh, Panzerwüchse! Oh, Panzerwüchse! Es wird immer besser! Oh! Halt dich zurück! Ach du Scheiße! Dreh das mit Panzerwüchse hinter dir! Oh, runter jeder für sich! Oh! Huch! Bisschen hier! Krieger an zwei Hechtungen! Bei F! Bei F! Bei F! Bei F! Was? 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 Du oder ich? Till schau mal weg! Ich habe eine F! would das war eine richtig reife leistung von piloten hier vor mir ja ich habe auch gesehen wie der geflogen ist man kommt das teil hat er oben boah wie das dinge ja es hat mir ganz schaden gemacht wo er standen da bei mir irgendwas mit id irgendwas start etwas was okay ja jetzt niemand update junge junge spieße hier richtig aus der pri alpha aber ich glaube bei der verbrannt sammlung die sind da so stolz drauf es wird nie wieder raus gepackt so micha guck mal was gezeichnet habe das ist geil joachim packen wir jetzt nie wieder aus dem shop raus ja die kommt auf und sie kommt auf uns ja der wichser alter aber er hätte hunderttausend leute holen können aber nein denkt er kriegt den safe kill das wollen die alle bei mir geht weg fragt euch nicht und krass wie viele rumgeheult haben in der neuen time to kill das ist um ihr lange dauert das ist das ist ja gar nicht so schlimm na es geht echt klar kann ich verstehen Drei headshots und 79 hit holy shit Das ist krass Oh rausgeschossen das hatte ich auch schon lange nicht mehr Oh der hat nen gunner Gucken was der gunner reißen kann Leute der pilot steigt aus Der gunner war ja voll am arsch alter Cooler typ Bye have a great time